Wir sind wieder bei Moses im Modehaus im Herzen von Saalfeld. Die Schnäppchenangebote gehen in die nächste Runde. Wer also selbst noch nicht in den Genuss kommen konnte, kann nun sogar noch größere Schnäppchen schlagen. Das gesamte Warensortiment auf den vier Etagen ist nochmals im Preis gesenkt. Es gibt zusätzlich 20% auf alles, auch auf bereits reduzierte Ware. Geschäftsleiter Andreas Nagel sagt uns, wie es mit dem Umbau weitergeht und welche Angebote die Moses-Kunden noch erwarten. Liebe Moses-Kunden, bei uns geht der Räumungsverkauf jetzt weiter. 20% auf das gesamte Sortiment gibt es jetzt bis zum 4.6. Ja genau, Sie haben richtig gehört, 20% wirklich auf das gesamte Sortiment, also auch auf die komplette Frühjahr-Sommer-Kollektion. Was gibt es sonst noch Neues? Wir werden die Schuhabteilung jetzt aufgeben. Also da haben Sie die Chance, die letzten Schuhe noch zu ergattern. Und was jetzt hier im Untergeschoss noch passiert ist, wir werden das Konzept Saal 24 auch aufgeben, aber etwas ganz Neues für Sie entstehen lassen und umbauen. Vielleicht sind Sie genauso gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf und auch auf Sie. Und in dem Fall sage ich bis bald. Wie gewohnt sind vom Montag bis Freitag, 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr und Samstag von 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr die Türen geöffnet. Das Team vom Kaufhaus Moses freut sich auf alle Shopping-Begeisterten.